Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grandia 2. Und weiter geht es... ...zu Lily Cave 3. Wow. Da geht es aber tief runter. Recover. Und speichern. Denn falls das, was jetzt kommt, schief geht, muss ich es nochmal alles machen sonst. Coverns. Coverns. Äh, was heißt Stench? Ich weiß es nicht nochmal. Der Geruch des Ruins. Von... Der... Äh, verdammt es. Was zur Hölle ist das? Das ist ein Siegel von Lord Granas. Es ist benutzt worden, um ein Stück von Weimar zu versiegeln. Aber dieses Siegel ist gebrochen. Könnte das, was hier versiegelt war, verlassen haben? Ryodo. Der Schuldige ist ein Verbrechen, ist nicht dein Bruder. Oh, oh. Elena. Richtig. Wir haben es mit einem Stück von Weimar zu tun. Hallo, Millenia. Wie kannst du, du miserables... Ich... 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 Wie... Gefressen zu werden. Ich mag es nicht, gefressen zu werden. Großartig. Sieh es zurück. Was? Was ist gerade passiert? Oh, ist das... Bist das du, Millenia? Miss Millenia? Wir treffen uns wieder. Miss Millenia? So, nun... Das ist zeitlich mir ganz gewesen. Habe ich jetzt gar nicht gewusst. Hat es gerade in der Wand eingerissen? Kommt schon. Nach ihm. Das ist... Das Ding ist das Grund für all die hier. Jetzt ist so... Was ist das, Vagur? Was hast du vor? Vergiss es. Jetzt geh! So. Bevor ich das mache... Möfe her. Dann moves. No. Chaos-Eck. Heal. Ah, es hat sich wieder was eröffnet. Gut. Dann weiß ich ja demnächst mal, was ich mir hole. Das weiß ich denn. Auf jeden Fall. Equip. Bisschen. Und hier hat nämlich kein Accessoire. Oh. Das ist nett. Halt. Mana-Ei. Chaos-Eck. Denn das Chaos-Eck passt gut zu Millenia. Einmal hier rundherum. Eine Küste. Oh. Oh. Was habe ich bekommen? Das ist doch schon besser. Ach. Bernie-Bow. Ja. Na, was hast du eigentlich? Na, jetzt bin ich gut ausgerüstet. Also, Tempelruin. Hallo, wer bist du eigentlich? Hallo. Wenn nicht Melfis... ...etwas Gewicht gesammelt hat, das ist er nicht. Dieses... ...diese Beste ist der Grund für... ...von dem... ...Problem der... ...Leute. ...Aufpassen. Es riecht nach... ...Gefahr. Du guckst... ...lecker. Deliz... ...delizios. Du... ...ir... ...klein... Ich sollte eure... ...Knochen... ...ablagen. Ja. Äh... ...die weiße... ...Tender und Zucker... ...weiß nicht, wie das heißt. Kommt, lasst mich euch schmecken. Und die Flügel vom Weimar sollten... ...den... ...ein... ...leck... ...sollten ein... ...gutes... ...Hauptgang machen. Diese... ...Stimme ist... ...bekannt. Ah... ...Gardan. Gardan. Lass mich raten. Ein neuer Haarstyle? Haarschnitt? Ahahaha. So... ...die Zunge von Weimar... ...will mich... ...schmecken. Hier ist etwas, was... ...ich dir zeigen will. Oder was heißt... ...Chemion? Da zieht ich hier. Mampfen... Der große Mampfer... ...wird jetzt weggemampft. Fallen Wings. Öp. Hm? Was machst du? Nee, 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 nee. Oh, das könnte lustig werden. Und ein Fahrt mit Überlänge. Ich habe nämlich schon neun Minuten. Das werde ich jetzt mal aus... ...kurieren. Tensei-ken Slash! Heh heh heh. Hểnner. Komm her, alle. Snap direkt an's. Und natürlich auch vidéopong. Hallo, vollen Wings. Hehehe. Los. Dich hab ich gecancelt. Na, was habt ihr vor? Na? Der Floss. Du kannst es wirklich fühlen. Oh, oh. Was machst du? Ein bisschen Magie könnte nicht schaden. Sepp. Wie ist das? Wie ist das? Hallo. Jetzt wird abgerechnet. So, Gadan. Jetzt kriegst du alles ab. Hehehe. Nicht vergiftet. Na, 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 na. Das hast du jetzt... Das hast du jetzt davon. Gecancelt. Gecancelt. Crap. Mitten beim Angriff. Gecancelt. Na? Ist irgendwas kaputt? Nö. Hier. Merak. Hole Slash. Ich komme gut gegen dich an. Ich werde dich zu Pielen. Hm. Ah. Es hat nur noch 5200 Leben. Ah. Es hat nur noch 5200 Leben. So. Rechte an. Stirb. Blocks Magic Power. Jetzt wird keine Magie mehr gemacht. Mal gucken, ob es klappt. Zumindest das hintere kann nicht mehr Magie Na, ist das wenig Na, was machst du? Burn Flame Na, 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 na Weggecountert So, jetzt ist nur noch der Körper und der Kopf da So, was mach ich? Nö, 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 nö Ja, ich will Burn Flame machen und ich mach's selbst Ten second slash Ten second slash Oh nein, was wird das? Oh Aua Heile dich mal selbst Und ich hab schon 17 Minuten Oh man Hallo, Sepp Und noch mal Aua Ha, erneuert Aua Hallo, Sepp Jetzt wirst du Abgesappt Hm, der Kopf ist weg Jetzt müssen wir eigentlich nur als Ihn nur noch aufhalten Deathloss Hehehe Ten second slash Das wirst du nicht tun Ten second slash Cancern 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 Juhu Er kommt nicht mehr zum Zug Nö, 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 nö Das tust du nicht Cancern Hehehe Jetzt wird er weggecancelt Er hat keine Chance Er hat keine Chance Error shot Hehehe Na, 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 na Das wird nichts Das wird wirklich nichts Und er ist tot Ein Buch Juhu Und das war's mit Ja, Garan Mhm Das war schön, Juhu Juhu Mhm Ein Skillbuch Ja Was Es scheint, dass er ein bisschen Zungenmüde ist Oder ist das zu Äh, Tonge in Chi Was heißt das Saug, 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 saug Flipp Und da ist Garan Ah, fa Final, wir haben eine Ich fühle Voll von Kraft Mann Es fühlt so gut Es fühlt sich so gut an Miss Milenia Was ist gerade passiert Was hast du gerade Zack getan Hehe Das ist ein Geheimnis Seh dich später, Ryudo Äh, hey, Milenia Und Milenia digitiert wieder zu Elena Mal wieder Ich kann's dir glauben Dass Miss Milenia Wirklich Weimar ist Riech, 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 riech Der Geruch Ist weg So, es war nicht Melfis So, es war nicht Melfis Ryudo Wer, wo bin ich? Es passierte Wieder? Und ich bin in Überlänge Ryudo Was passierte gerade zu ihm Erinnerst du dich Nach 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 dem Verschlucken von der Zunge von Walmer Nein Gut Milenia ist wieder Aufgetaucht Und wie bei ihr Gardan War Besessen von der Zunge von Walmer Ich will Das nicht Kommentieren Aber Wahrscheinlich Ist er das Problem Das war das Problem Und das war der Grund von den Von der Stadt Problem Unser Heiliges Buch Enthält Eine Passage Die Darüber Spricht Erst Befällt Walmer Erst Walmer Besetzt Eine Seele Und dann Übernimmt Sie Vielleicht ist das Gerade dann passiert Der Arme Mann Walmer Hat Die Schwäche Hat Die Gegenzeit Seine Schwäche Von der Seele Genutzt Nach Wir Nachdem Wir Gardan Geschlagen Haben Die Nachdem Wir Gardan Die Zunge Mal Geschlagen Haben Hat Etwas Zu Ihm Getan Und Das Ist Das Resultat Jeder Stück Von Walmer Kann Kann Ein Anderes Schlucken Um Seine Kopf Zu Steigern Was Heißt Revolting Dieser Mann Muss Seine Seele Verloren Haben Ich Kannst Nicht Glauben Dass Sie So Echte Sache Getan Hat Ich Auch Haben Wir Nicht Die Probleme In der Stadt Gemanagt Nur Dank Miss Millenia Kannst Kaum Ich Kannst Trotzdem Kaum Glauben Ich Denke Es Nur Ein Zwischenfall Oder Was Als Coincidence Millenia Und Die Zunge Von Walmer Was Ist Low Irgendwie Passt Da Was Nicht Die Zunge Von Walmer Hat Nach Vernichtung Gestunken So Wie Melfis Willst du Damit Sagen Dass Melfis Ist Besessen Ich Weiß Es Nicht Ich Weiß Nicht Egal Er Gefährlich Besessen Oder Anderer Weise Aber Ich Will Meine Vergeltung Merik Wenn Ich Mit Elina Fertig Bin Mit Diesem Job Dann Gehe Ich Mit Dir Ich Weiß Nicht Wo Ich Meine Suche Begehen Soll Und Dieses Land Ist Unbekannt Für Mich Du Wirst Nicht Willkommen Seid Wenn Du Wählst Zu Kommen Richtig Was Was Ist Mit Dir Elina Ich Bin Sicher Dass Die Flügel Vorwärm Sind In Mir Jede Nacht Ich Kann Die Finsternis Wachsen In meiner Seele Fühlen Wie Ein Parasit Die Kälte Oder Was Heißt Schraut Eigentlich Ich Muss Schnell Die Heiligkeit Seine Heiligkeit Sera Sehen Leute Das Schein Alle Besser Zu Gehen Okay So Wir Gehen Wir Zur Granas Kathedrale Ein Kampf Labern Bis So Besser Zeug Hält Und Überlänge Von 30 Minuten Ein 13 Minuten Part Mal Wieder Mal Wieder Versuche Ja 30 Minuten Part Zu Umgehen Aber Das Musste Sein War Mitten In einem Sequenz Zu Cutten Ist Ein Bisschen Blöd Hahaha Es Ist Großartig Wieder Essen Zu Können Alles Essen Zu Können Komm Schon Und Versucht Meinen Meiner Kochkünste Recover Nehmt Zeit Ich will Speichern Jo Und Hier Mache Ich Ein Cut Und Bis Zum Nächsten Part Part